hahaha weg vor da sagt man da immer irgendwie bei mir vor allem die sind so stark ich habe schon gefragt woher der schuss kam hat er sich für getan gehabt der wixer einschessen er hat mich eingeschossen schützer deswegen du ne nein também die probleme exercises bewegt danach ja ich kann mich auch sterben lassen aus wir müssen irgendwas in der mitte machen ja es was nicht kein problem dankeschön verschwendung wahrscheinlich noch waffenwechsel hat dann denn denn ですか das gesicht alter warum was ich nicht kommen was muss ihr das was ist los feils schmitt Ich hab nichts gemacht. Nein. Nö. Kommst du da drauf? Egal. Ja, genau. Der voll explodiert, wenn du den anschießt. Ja, was hast du extra gemacht? Wut? Nö, bleibst du jetzt da liegen. Ey. Nö. Du hast das grad bei mir auch gemacht. Ich hab dich aber nicht liegen lassen. Beleg du mich mal wieder zum Sack. Oh, sorry. Ey, du Arsch. Oh, tut mir aber leid. Ja, du Pisser. Das ist aber der falsche Knopf. Ich hab mich aber losgelassen. Das tut mir aber leid. Geh weg. Weißt du schon ein Problem, dass die Typen höher als wir sind, aber wir machen immer noch Kacke. Weil da dran merkt man was für einen Spaß zu haben. Komm du pinker Power Ranger. Oh man, ich kann nicht mehr gucken, ich weine vor Lachen. Ich wusste gar nicht, dass das Ding voll explodiert. Ich hab einfach draufgeschaut. Da kommt was an. War galt, war galt. Was ist mit dem Loader hier, Alter? Was macht der? Ach der... Ah, okay. Der hilft uns. Ja. Ja, aber nicht. Du stirbst doch eh gleich wieder. Nö. Tschüss. Tschüss. Aber weiter rennen. Na ja, aber nicht diese Heckenschützen, die gehen mir voll auf Eier. La 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 la. Ja, mach mal, oder? Alter, warum will ich... Alter, was ist hier los? Ich weiß nicht, ich brenne. Hm? Ach so, du bist wieder in einem kleinen bescheidenen Laden hier. Jo. ich helfe unserem lauter da der luder kann verrecken nicht ja weil der gegner ist walter poison müssen wir nicht hin nach oben wieder der unterwitz hat gesagt schon unten wieso habe ich gar nicht gesagt wir sind auf ok hier oben ist wenn kommt kommt trepp hoch jetzt sind wir wieder auf normaler ebene dann ja wie geil ja fliegt da durch ist klar wir müssen nicht wieder runter ok mach auf du sag ja 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 hm 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 ah war klar war klar per hand ok was gab es hey geronimo warum bedass 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 bist du mal gucken was gab es denn nichts danke bildladegeschwindigkeit danke dass du es nicht wir haben gleich wieder eine stunde erreicht wa 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 weiß heißer scheiß weiß ich will zum reaktor was die dinge aussehen alter wie lebende waffen ja schön geronimo wie kommen wir da hin warte stop 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 zurück vielleicht kommen wir hier in den seitlichen wo nö egal looten danke ich brauche einen waffenladen wir haben mal 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 und stirbt daran ganz ehrlich du dahinten du gemeiner war sozialer penner dein wurm noch das kannst du dir sonst entschieden wo müssen wir im moment da müssen wir nicht hin oder doch da hinten da muss man nicht lang ich glaube nicht oder hier ich habe den weg gefunden oder auch immer hängen wir uns jetzt der andere seite haben wir seit der andere seite andere seite du bist ein unter mir wenn man unter dir ja so wieder hochkommen ich glaube ich bin sogar richtig ja kann sein ja ich bin über dir oh du futze ja ja Vielen Dank.